Moin YouTube, was gab es? Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir, pünktlichst um 12 Uhr. Heute gibt es wieder eine knackige Solo-Runde von mir für euch. Bevor das Video losgeht, möchte ich euch ganz kurz sagen, wenn ihr bei solchen Solo-Runden dabei sein wollt, oder beziehungsweise wenn ihr sowas live sehen wollt, gerne mal auf Twitch abchecken. Ich bin jeden Tag live, twitch.tv.com mit Doppel-I. Jeden Tag, ich lese alles vorher, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas braucht oder so, wenn ihr Waffen oder irgendwas, welche Fragen habt. Ich bin jeden Tag live für euch, gerne abchecken. Ansonsten, das ist meine Klasse, mit der ich das verspielt habe. Das ist die NZ und die H4 Blixen, gerne nachbauen, sind immer noch sehr, sehr gute Waffen, auch nach Patch. Ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen, wir hören uns beim nächsten Mal, haut rein! Das stimmt gar nicht, Kappa. Letztens, eigentlich bist du der, der mich immer knallt. Du bist viel besser als ich. Jenny, Jennifer. Ruhe jetzt, okay? Spaß. Ah, das ist ja nur Spaß gemacht. Ich habe eine Türkisch-Vorname. Dilara? Dilara ist eigentlich voll der schöne Name. Also wenn man die Bedeutung von Dilara kennt, weiß, ist das eigentlich voll der schöne Name. Voll schade ist eigentlich, so in den Deckel zu werden. Ich denke mal, das ist verpackte Waffen. Egal, Alarmiert am Boden gefunden. Du hast keine Chance mit MW und CW-Waffen gegen normale Waffen. Hast du keine Chance. Wollte einfach, guck mal, das Muffin ist so übertrieben mit H4. G steht für Gun, weißt du? Just Dance, bitte. Just do it. Ich weiß nicht, warum die Leute sich so beschweren wegen der NZ. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass es mir gebuff worden ist, bin ich ehrlich. Mein STG war ja vorher gemähter. Just beat it. Versteht ihr mich? Was passiert heute mal? So ist dein Kampf vorbei. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Du hast keine Schwäche gezeigt. Nein, teils für einen Leuten einfach. Stilge was ab, oder? Drohne beginnt. So ist dein Kampf vorbei. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Du hast keine Schwäche gezeigt. Nein, teils für einen Leuten einfach. Stilge was ab, oder? Liebe, wenn das Mike übersteuert. Übersteuert das Mike? Hä, das mache ich ja so. Mike sollte nicht übersteuern. Wie das übersteuert. Wenn dann maximal ganz leicht. Ne, wenn ich auslasse, sollte es nicht übersteuern. Das Gas weisert sich aus. Sicherheitszorgung. Auf es süß, weißt du. Auf deinen türkischen Namen. Alles gut, die Lara. Die Lara. Die Lara. Lara, Lara, Lara. Wir spielen hier kein COD mehr. Wir spielen Need for Speed. Stimmste Spiel hier hat Need for Speed, ne? Also, wir können verschenken mal 50 Subs, bitte. Dann sage ich dir meinen zweiten Namen. Was gab es heute bei dem Mittag? Gar nichts. Moin, Affe süchtlich. Ey, ich bin kein Affe. Hast du mich jetzt gefunden? Ausflug für Zeichen, Ordnung. Komm mal an, so 10 von 10, ne? Der war auch so nötig mittlerweile. Bin ich ehrlich mit euch. Oh, oh. Ne, ich sag dir den von den Bienen für 50 Subs. Ne, ich sag dir meinen für 50 Subs, Mirko. Boah, ich sag dir meinen für 50 Subs, Mirko. So n Ding nehm ich. Ey, das ist ja meiner. Wie gesagt, Jenny, machen wir, machen wir, wenn ich gleich nach Hause bin. Ja, am besten isst man aber nichts mehr, weil es warm ist. Thomas, oder? Also, lauter Frau. Was hast du gegönnt? Ich, lass dich schmecken. Ja, hier ist ein Boden. Bewegung! Nein, wachsam! Verfolg deine Position! Wach! 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 Hurt! Shres! Jet wisst ihr? Sowas nennt man Talent! Füßnd verklebst du und Bana St Wars in den Chat für gutes Gameplay? Gönn dir Black, vom Herzen. Nö, ich hoffe deine nächste Polarnenspezie ist scheiße. Der Pfeil steht noch. Der Pfeil steht noch. Da kommt mein Kasten. Moin Opsquad. Man stirbt so schnell, dass kann man nichts hassen. Bei 200.000 Subs hat er sich ein Kasten, Palarnenspezie. So ein Ding nämlich. Ja. So, jetzt habe ich es gesagt. Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Geschossen. Er nimmt keine ASL zu haben. Er hat been overrated. Das ist ja total falsch. Oh, der GG ist getrocknet. Der GG ist in der Rache. Oh, der GG ist getrocknet. Ich habe das auch wieder aufgeschrieben. Aber der GG ist getrocknet. Er, ein holler G, dass Sie in der Rache verliessen sind. Er hat sich in der Rache verletzieren. Geil Thomas, gönnen wir. Boah, sehr schön gespielt. Ah, ok. Ok, doch nicht gut gespielt. Hast scheiße gespielt, Arschloch. Ich werde mein Leben dafür geben. Die Pommes werden gewinnen. Wir dürfen nur hoffen, dass die Hurley-Fries nicht die Rainbow Pommes dazu gewinnen. Ich habe Deger gesagt, mit D. Und dann fragt er sich welche Waffe besser ist und kriegt nochmal eine andere Scheiße in den Kopf. Wirklich. Also wenn ich tu werde, würde ich nie mehr mit dem Team vorbeischauen. H4 ist besser. Das zieht nach Arbeit, ich schwöre. Das tut mir so leid, ja. Ich fü- Ich fü- Äh. Das kann man nicht durchschießen. Das ist super. Ah, GG. GG, Leute. Das war's. 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 Das war's.